Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Super Meat Boy. Wir sind jetzt bei Kapitel 2, The Hospital und da wollte ich jetzt in der dunklen Welt, da die Level 14, 15, 16, oh 17 und 20 habe ich gar nicht gespielt, okay, lol. Naja, da will ich ja auch alles A plus schaffen. Naja, wir fangen mit 14 an. Wir sollen unter 1,3 Sekunden. Letztes Mal waren wir leider 0,35 Sekunden zu langsam, äh zu spät. Naja, diesmal schaffen wir das bestimmt. Äh, ah, ich kann mich dran erinnern. Hups, das war jetzt nicht so gut fürs Timing. Äh, lol. Ich dachte, ah, da muss ich ein bisschen gucken. Wo ich auf jeden Fall die Schlüssel, die Keys da abholen. Ah. Da. 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 Die Uhr, die Zeit irritiert mich da. Ah, da bin ich sehr früh gerannt. Ah, da, ah, wusste ich doch. Das war jetzt ein bisschen ungünstig. Ah, da bin ich natürlich wieder zu spät gerannt. Natürlich. Oh, einfach mal sterben. Insta-Rip. Okay, dann kann ich doch nicht durchrennen. Da war eine Minisekunde zu früh. Natürlich, natürlich. Diese fliegende Monster, die ich komplett ausblieben will. Da. Ah, warum hat das vorhin die Gehaltezeit direkt beim ersten Verluck geklappt und diesmal nicht? Warum halte ich an und um zu sterben? Ich weiß, warum ich die Map nicht gemacht habe. Ich kann einfach das hier so schlecht abschätzen. Echt? Und jetzt kann es sich direkt durchrennen. Ah, was mache ich? Ich war total disorientiert. Wie man gemerkt hat. Da war ich auch total disorientiert. Den Schlüssel brauche ich, um den Ventilator quasi freizuschalten. Schalten. Ja. Bestes Movement ever. Ah, die Maus nervt. Jetzt aber. Ja, natürlich. Ich bremse. Nein. Nein. Ich bin tot und tot. 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 Die Zeit, die Uhr da oben, die irritiert mich voll. Ich weiß nicht warum. Natürlich. Ich berühre das auch noch. Das war fast gut. Das war gar nicht gut. Sorry, wenn ich das so, sag ich mal, schlecht kommentiere. Aber ich bin gerade so hochkonzentriert und trotzdem verkackig. Da kann ich mich direkt hier töten. Wow. Hui. Nein. Muss mal kurz testen. Wenn ich hier oben bin und hier runterspringe. Ja, der hält mich noch auf. Gut. Aber jetzt kann ich sterben, weil ich so die Zeit verzögert habe. Weil ich habe irgendwie gedacht, der Ventilator tötet mich und wollte da am Rand landen. Ich hätte glaube ich doch nicht bremsen sollen. Aber trotzdem habe ich irgendwie Angst. Dann bremse ich und dann schaffe ich es nicht. Und jetzt. Wow. Ich gebe jetzt die Zeit verzögert. Kann ich auch direkt sterben. Loll. Loll. Ich glaube, ihr habt eher die Geduld verloren als ich. Na, ich bremse immer. Warum bremse ich immer? Nein. Das mache ich. Jetzt habe ich die Zeit verloren. Glaub ich. Und jetzt schaffe ich das bestimmt. Ja, natürlich. Und wahrscheinlich wieder ganz knapp. Ganz knapp. Die Zeit verkackt. Stimmt wieder 31, noch was Sekunden. Gucken wir mal. Also, den einen Versuch, wo ich verkackt habe. Da hätte ich wahrscheinlich unter. Ja, da hätte ich unter geschafft. Ja. Oh Gott, wie spät komme ich da an? Ich will das gar nicht erst sehen. War schlechter als der Versuch damals, sage ich mal. So. Wenn ich unten nicht schnell vorankomme, kann ich mich eigentlich direkt töten. So. Ja. Okay. So. Ich glaube, so ist es am besten. Genau. Ah, da wäre sogar ein perfekter Move gewesen, aber... Nein. Okay. Welche sind durchwasche? Ja, durchwaschen oder in Hand halten. Nein. Warum nimmt er... Manchmal nimmt er das wenig zu anfliegen, manchmal nicht. Ja, jetzt wasche ich durch und dann verkacke ich trotzdem. Ja, ja, so ist das. Ja, ich glaube, jetzt hätte ich wieder durchrennen müssen. Ich verstehe das Spiel nicht. Ja, jetzt kann ich mich umbringen. Das frustriert schon etwas. Das ist einer der leichteren Level. Erhältnismäßig. Ich habe ja noch etwas. Erhältnismäßig. Ja. Da ist der Anfang. Ja, jetzt kann ich mir einfach nicht erleden. Ja. Ich bin da. Ich könnte mich, dass ich jetzt hier ist. Aber ich habe mich ein wenig. Ich bin da. Ich bin da. Und dann würde mich etwas her beenitet. Yes! Ach, das war schön. Ich hab nur auf die Zeit geachtet. Hauptsache die ganzen Schriften blockieren die Sicht. Ja. Ach, das war schön. Das war wirklich schön. So, zurück zur Karte. Puh. Nächste Map. Hoffe ich mal, dass das nicht so extrem ist. 32 Sekunden musste ich schlagen. Und 41,88 habe ich letztes Mal gebraucht. Ich kleide an A2 mit 88. Naja. Okay. Mal die erste Runde zu gucken. Okay. Ja, was mache ich da? Aber bis jetzt sieht es einfacher aus. Ja. Und ich verkack. Das ist ein Fleischstück. Hä? Wo muss ich hin? Bin ich da richtig? Weiß nicht, wofür der Schlüssel gut sein soll. Aber wahrscheinlich wird die ja befreit. Lol. Äh. Zweiten Versuch, wenn ich hab ich jetzt lieber dritten Versuch. So. Fast 10 Sekunden um die Zeit geschlagen. Okay. Dann, äh. Versuchen wir es nochmal. Aber diesmal mit diesen komischen. Da. Da war ich so langsam. Okay. Ich weiß, wie man es kriegen muss. Ist aber sau schwer. Weil. Obwohl. Wie geht das? Leute. Könnte glatt ein Secret versteckt sein. Oh. 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 Wie bin ich da reingekommen? Wie bin ich da reingekommen? Durch das Wissen. Das wäre lustig gewesen, wenn man hier so einen Geheimraum verstecken würde. Schade. Verpasste Schanz vom Entwickler. So. Okay. Ich weiß, wie man das machen soll. Jetzt weiß ich jetzt. Ah. Ich weiß jetzt auch, wie man das wieder... Warte. Eigentlich muss ich mich nicht umbringen. Ich hab ja Zeit. Nein? Ne. Man hat keine Chance. Wenn man einmal so nicht geschafft hat, dann hat man wirklich keine Chance. Genau so macht man das. War das so? Hier genau. Ja. Oh. Das war knapp. Ja. 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 Ich weiß nicht. Und ich weiß nicht. Ja. Das war knapp. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Den nächsten Level machen wir in der nächsten Folge. Ihr könnt ja oben links auf Abonnieren klicken. Vielleicht habt ihr zwei Videos zu auswählen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bis dahin. Tschau.